Herzlich Willkommen zum Objekt der Woche. Mein Name ist Ivan Erstic von RE-MAX-Begener. Heute befinden wir uns hier im 15. Bezirk. Zum Verkauf gelangt eine Drei-Zimmer-Wohnung mit zwei Bädern. Das Haus selbst wurde 2014 gebaut. Die Wohnung verfügt über einen Balkon und über einen 57 Quadratmeter großen Eigengarten. Falls Sie sich Interesse abwecken können, melden Sie sich gerne bei einem meiner Kollegen oder bei mir. Bis bald! Bis bald! Bis bald. Bis bald. Bis bald! Hur alle seid? Tschüs. Musik. 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 Dänken.